Heute machen wir uns mal wieder coole Nerd-Gadgets selber. Mit einem coolen Nerd-Gadget und es wird und wurde wieder was verlost. Seit mittlerweile nun über einem Jahr gibt es ab und an mal 3D-Druck als Format auf diesem Kanal. Und ich wurde jetzt zu diesem Video inspiriert, da eines der coolsten Dinge, die ich jemals von 3D-Druck gesehen habe, Teil unserer WG geworden ist. In meinen letzten Videos zu diesem Thema hatte ich ja eher behandelt, was man so nützliches mit einem 3D-Drucker machen kann, aber man hat sowas doch auch, um sich einen Luxus zu gönnen. Deshalb geht es heute mal eher um coole Sachen. Coole Dinge, die unseren Alltag bereichern. Und das beste Beispiel dafür hat er uns Mauch neulich auf Telegram gezeigt. Darf ich vorstellen? Der Wi-Fi-Schlüssel unserer Bude. Er nutzte die Möglichkeit, dass man einen 3D-Druck unterbrechen kann und hat dann in diesen Wi-Fi-Schlüssel einen NFC-Chip reingedruckt. Im Übrigen sieht man von der Druckpause nur etwas, wenn man davon weiß und verzweifelt danach sucht. Da denke ich, dass das eher weniger einen stören sollte. Beziehungsweise, wenn man verzweifelt nach so etwas sucht, sollte man sich eher Gedanken um sein Leben machen. Ja. 3D-Druck ist toll. Aber was kann der Schlüssel jetzt eigentlich? NFC-Chip? Passwort programmiert? Oh, bester Freunde. Eigentlich dachte ich ja, als Mauch uns die Screenshots zu diesem Schlüssel geschickt hat, dass es irgendwie so ein 3D-gedruckter Schlüssel ist, wo irgendwie das Passwort hinten draufsteht. Aber wie schon gesagt, NFC-Chip. Man muss im Prinzip einfach nur das da machen. Und voila, wir verbinden uns. Nice. Das Design für diesen Schlüssel hat er natürlich von Fangiverse. Und das ist bisher eigentlich die beste Idee für 3D-Druck, die ich jemals gesehen habe. Solltet ihr aber bessere kennen, könnt ihr diese gerne in die Kommentare schreiben. Vielleicht kommt es ja dann auch im nächsten Part dran. Auf jeden Fall, das Prinzip der Wandhalterung haben wir jetzt schon gefühlt in jedem Part zum 3D-Druck behandelt. Aber da es jetzt auch in puncto Lagerung von Nutzen sein kann, warum nicht? Befriedigen wir ein Bedürfnis, das erst durch den Besitz eines 3D-Druckers geweckt wurde. Spart euch das Geld für das Setup eurer 3D-Druckecke und drückt euch die dazugehörigen Komponenten einfach selber. Verdammte Scheiße, ihr habt jetzt eine 3D-Drucker. Nutzt ihn auch dafür. So habe ich mir zum Beispiel einen Wandhalter für die Filamente selbst designt und natürlich dann auch gleich ausgedruckt. Und Überraschung, nachdem er an die Wand geschraubt wurde, funktioniert er. Das Studio wird jetzt immer nerdiger. Davon werden in den nächsten Parts nämlich noch ein paar mehr an der Wand hängen. Gefällt mir und wenn es euch gefällt, dann könnt ihr mir das auch gerne zeigen. Und apropos nerdig. Ich persönlich halte ja nicht viel von 3D-gedruckten Ringen. Ich dachte mir da immer so, ist ja cool, aber irgendwie halt einfach nur so ein unnützes Gadget. Als ich mir damals Ringe für die Freundin selber gemacht habe, habe ich die aus Metall gefertigt. Aber dass ich metallischen Glanz mag und deshalb eine gewisse Affinität zu Metallen habe, ist ja kein Geheimnis. Was Ringe angeht, habe ich auf jeden Fall noch ein kleines XXL-Langzeitprojekt in Planung. Aber was jetzt kommt, ist was für meine engeren Freunde. Ich liebe diese Nerds. Ja, ich drucke da gerade Star Wars Ringe. Thingiverse. Gerade eben hatten wir es ja noch von metallischem Glanz, aber speziell bei dieser Art von Ringen passt sogar die 3D-Druckoptik. Die sieht sogar verdammt gut aus. Ich bin nicht mal dazu verleitet, das Ganze mit Epoxidharz zu überpinseln. Die Rellen wirken hier definitiv ästhetisch. Aber was hält mein Mitbewohner eigentlich davon? Mari! Hello, hello, hello! Oh! Hier! I fingiverse this. What the fuck? Nice! Der passt halt wirklich perfekt. Oh, dann habe ich gut geraten. Das ist ja mal ultra sweet! Geschenke, bei denen man sich etwas denkt, sind gleich viel mehr wert. Oh, ich bin ein Foto! Wer mir auf Twitter, Instagram und Co. folgt oder generell das Technik-Hellen-Format anschaut, der hat es schon mitbekommen. Ich habe auf dem Konrad-Kanal einen 3D-Drucker verlost. Folgt mehr auf Twitter. Und wie versprochen ist, heute am 16.03.2018 hier die Auflösung. Du hast gewonnen! Glückwunsch, mein Herr! Checken Sie Ihre Nachrichten. Und wenn ich sehe, dass 3D-Druck-Videos weiterhin gut auf diesem Kanal ankommen, bin ich auch dazu verleitet, mehr Videos zu diesem Format zu machen. Ich spiele nämlich mit dem Gedanken, so eine 3D-Drucker-Verlosung wieder öfter privat auf diesem Kanal zu machen und das würde das Format eigentlich ziemlich gut begleiten. Aber schauen wir mal, wie es euch gefällt. Ich habe auf jeden Fall ziemlich viel Spaß an diesen Videos. Im Übrigen habe ich mir auch noch den Yoda-Ring gedruckt und was auch ziemlich cool aussieht, ist dieser Green Lantern-Ring. Vor allem mit 3D-gedruckten Objekten habe ich jetzt endlich wieder was, was ich an meine Patreon-Supporter verlosen kann. Da wird es auf jeden Fall öfter wieder was geben, der Link zu meinem Patreon-Account ist in der Beschreibung. Ach und meine aktuellen Patreon-Supporter sind jetzt rechts aufgelistet. Dank euch geht es diesem Kanal hier deutlich besser. Schaut jetzt noch mein Video an, in dem ich zeige, wie man die Rillen von 3D-Druck anhand meines Myrappler-Blumentopfes entfernen kann. Und abonniere, Techtaste, aktiviert die Glocke.